jo moin willkommen jetzt zurück zu rast wir sind jetzt mal an der forschungsbasis aktische forschungsbasis wir haben auch noch vor auf die kleine plattform aber zeitlich wegen der dunkelheit und da werden wir schon späten nachmittag da waren wir einen zwischenstopp wenn wir schon in der nähe sind genau weil das kenne ich auch das kenne ich überhaupt noch nicht aktische aktische forschungs windräder hier mal so bestimmt irgendwo strom herholen links ist eine nicht gesehen noch nicht hier schon mir mal ja wir sagen erstmal ist abfeuern und dann kann man das gegen gar nicht von hinten kam auch einer hier ist einer daumen mir ich bin verwundert ich habe dich gleich habe ich gleich deine waffe ist hinter dir gar nix hier ist wieder da ich bin auch verwundet okay ein satz mit x war wohl nix sind die bisschen heavy oder was ich habe nicht gedacht ich würde mich schaden machen ne ich habe gar nicht gewusst dass da überhaupt so was unterwegs ist ne die haben lr 300 sturmgewehr mhm eieieiei das war mit diesen satz mit x ne halluja dass die so also das hätte ich ja jetzt nicht gedacht haben wir voll abgelost hier muss ja auch mal sein ne mhm ja toll muss jetzt hierher laufen ne weil wir haben unsere fährte noch ist nur blöd wegen unserer loot ne waffen sind ja so getroppt das ist natürlich jetzt ärgerlich aber die despawnen nicht boom ja dann müssen wir mal gucken ne die schießen da oben auf jeden fall ohne ende da oben am event ja wegen dem event aber wir müssen zusehen dass wir da naja so ein loot wieder willkommen ja den ding mal kriegen wir wieder hundertprozentig ein bisschen was aber ja und dann setzen wir erstmal einen cut und dann machen wir mal ja wir setzen jetzt mal einen cut also das hätte ich ja jetzt nicht gedacht dass sie so heavy sind ja wir haben das einfach mal taktisch falsch angegangen wir haben uns angepirscht und ja wenn man es nicht kennt so sollte man es nicht machen muss man ja auch zeigen also gibt es erstmal einen cut ne also bis gleich check 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 ok ja willkommen zurück zweiter versuch wir haben den den Arctis Arctis ja die zweite würde ich sagen und jetzt machen wir das ordentlich wir waren auch schlau wir haben es auch zwei schlafsäge platziert wenn wir nicht so weit laufen müssen ja jetzt müssen wir gucken ne auf Entfernung das wir irgendwie mal versuchen ich würde noch einen weiter vorne hin bis hier die drehen ja ihre runden nur die frage wie viel kommt da wieder angelaufen hinten sind auch zwei habe ich gesehen auf jeden fall ist hier besser weil hier ist noch dass sie nur von vorne kommen können und nicht so viel vorhin bei einander mal das hier um den karton also den container gestanden hat und was ist da von den raum von beiden seiten gekommen sind auf einmal ne ja also ich hoffe dass wir das hier besser hinkriegen sollten jetzt weil du bleibst dann auf der rechten seite ich links vorne kommt da vorne links kommt er wieder sehe ich gerade nicht bei der kugel ich weiß nicht wo er abgedriftet ist du die sammeln sich gerade hinter uns nein doch nicht so rechts kommt einer ja es ist ja links du bist rechts von mir guck mal ich sehe da also ich sehe dich ja wenn ich hier genug schutz habe ja eine bolt wäre jetzt gut ne ja links links ist wir sind zu offen jetzt ja wichtig ist dass jetzt auf der stanz noch bleiben zur not habe ich auf den nahe kampf auch nur die schrottwinter mit bei könnte mal anlocken dahin mal gucken ob ich ihn treff da hin dann anlocken ja auch sogar headshot ok ich bin zurück bin links ich habe sogar headshot gelandet sehr schön mal gucken was jetzt alles angelaufen kommt ja es war down sehr schön das ist gut die tür war auch noch angeschlagen von vorhin ok wir warten kurz ob da noch welche rumlaufen aber man wiss jetzt nicht ob da ein signal ausgelöst wird wenn man das ding betreten hat wie stellt das noch einer ja da hinten ne headshot wieder richtig gut jetzt durch das visieren hat er sich versteckt hat er schon mal einen schönen kopf dass er dabei bekommen ich sehe ihn nicht down sehr schön nachher dann glaube ich es muss also links sind auf jeden fall auch noch wäre ich würde sagen eins noch einen anderen ich denke mal das ist eigentlich ja klären ich muss jetzt nur aufpassen wenn ich mit der schrot schieße da seht ihr nicht so viel schaden hinzufügen weil die magnesium schießt also mit brand munition da ist die kiste drin in den container hier ja luke machen wir am ende und erst mal hier rechts rum und gucken weil vorne links sind ja schon zwei weg aber den gebäude dahin glaube ich genau hier vorne rechts und verstehen geblieben genau da wollen wir nicht von zwei seiten wunderschöner zange genommen nachladen da vorne da ist äh äh Stretter mhm ok hier haben wir beim grünen container kommt da gleich ja da ist die tonne getroffen immerhin die viel zu voll viel zu doll offen vorsichtig hab die schrubbeln die schießt nicht so weit sind wir aber nicht sicher Kopfschuss der kommt von links der ist down der ist aber ordentlich ja die haben großen Hunger ich weiß nicht ob die shotgun so ob die das tatsächlich auch gerade festgestellt ist die hast du bei shotgun halt boah das ist die schon die also die distanz ist schon weiter aber ob die jetzt soweit ist so dann habe ich jetzt ist hier loot hast du das bestimmt vom fass war ihn gelootet war doch ordentlich loot drin ah munition zum blaue card genau zu geschossen nein mit der mp hinten hintergründ container ist links in am schredder das down super hubschrauber kommt da gleich langsam angelaufen darauf gerade oben unserer patrouille lang und dann hinter der radarschatzung also ok ja es kommt es kommt jemand gesprach er läuft dahin zu links so also fast immer hier oben rein öffnen öffnen hier ist loot ich habe auch gerade einen hochofen gefunden läuft doch viel besser als vorher ne ja aber wir sind nicht reingelaufen das erste mal unterschätzt halt ja wollte ich gerade sagen so wir würden sagen hinten links ich habe eben schon hinter dieser kuppel hier dahinter ist auch ein gebäude und da ist einer noch genau also oder lass dich mal ein bisschen zerhacken hier wegen stoff genau also hier in roten container ist auf jeden fall noch eine küste drin alles gelootet da kommen eine mini genau genau vielleicht kriegen wir noch kundschaft hier ja ich kann ja nicht andere nehmen hier ich jetzt ich will nicht ich will nicht ich will nicht gut tag ach der steini die steini ist da digga der steini ist da hört ihn noch nicht kein mikro so jetzt aber jetzt aber sagt er jetzt sagt er jetzt glaube ich ja ja wir sind ein bisschen am metzeln hier so ein bisschen erst einmal hier kenn das noch gar nicht schon einmal gestorben und wieder her gelaufen und hast du nicht gesehen ey ehrlich ja die sind ja ein bisschen hart also 10 sein jetzt ich mache die meistens ich mache ein bisschen die meistens von den berg aus da wir haben auch gemerkt wir sind das erste mal hier von rein gelaufen und da kamen die von links und von rechts und dann waren wir schnell tot ja ja die machen schön aua ja habt ihr karten dabei ja also was braucht man hier brauchen wir ja alle oder was auch noch grün und blau blau habe ich denn hier schon gesehen da leuchtet ja schon was da hin blau zwei stück ok zwei stück also zweimal blaue karte kannst du verwenden ach so zwei räume halt ok ja und wie gesagt das können wir noch gar nicht das erste mal hier ja ansonsten ja es sind ein paar kisten hier auf der bei dem haus da oben siehst du schon eine gelbe kiste auf dem dach wo das noch ein sein ah da oben ja da oben ist eine gelbe kiste ansonsten siehst du ansonsten siehst du alle kisten in den gebäuden drin ja ist ja noch nicht so groß und bei den silos da hm ne wo die blaue karte an der seite dran machen muss da sind kisten drin und bei den rechten ist der jetski drin schneemobil achso ja stimmt das ist ja auch neu ne in den letzten update wir haben ein schneemobil das ist auch ganz nice damit immer rum zu cruisen da genau du kannst ja mal wenn du möchtest die aufmachen und ich kann dir einen wenn die den braucht auch umskillen ich habe einen anderen skin für den jetski so können wir mal gucken wir müssen noch ein bisschen hier alles sehr platt machen glaubt da hinten in diese richtung da hinter der koppel hier oder was du da hinten sind noch ein paar scientists ich 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 du 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 rein ich schreibe ich nur jetzt hier von draußen und hierzu kommt hoch der steine hier rein so rambo so gedacht wir kommen direkt hinterher ich weiß auch nicht aber so gar nicht wo abgeblieben ist das nur vorgelaufen und auf einmal die sache will noch ein paar mit killen auf einmal war ja wollen wir seine waffe aufheben und bei ihm reinpacken ich glaube ich kann so nicht reingucken gucken wir zuerst ob wir reingucken kann er geht nicht so seine waffe aufsammeln bin ich die sport okay alles klar die dafür extrem gut aus ja schön einrichtet auf jeden fall ja einfach reinlaufen schreibt auch nicht ob das akko so läuft doch einfach rein immer schon so oft hier also also so viel verkaufen nicht die spieler lupen hier naja so gut damit die räume muss ich mal gucken wie das funktioniert muss man hier einfach nur die blaue karte durchziehen überhaupt bist du draußen am siedlung bin draußen ja sagt ja auch was von zehn haben wir uns schon so viele getötet mir sind zwei fässer guck gerade wo der eingang ist hier von den silo sehr von den räumen hier du musst draußen durchziehen und dann gibt es auch energie die klappe auf na genau ja jetzt geht schon mal in deckung hast du auch noch eine blaue karte mit ja ja halbvoll die klappe geht auf jetzt heben wir gleich ab mit dem raumschiff ist frei akk teile hier ok computer ist immer gut muss man gar nichts aktivieren okay hier ist ein snehmobil verbaut hast du ein hammer bei ich habe keinen hammer zu becraften zwei in meine ecke auf der ohrflogen ja dass sie nicht dies braucht aber ist wieder da ok draußen war der container da wo wir eine karte durchziehen kann hier vorne hier vorne ja ich habe mich auf einmal so was von gepusht ja ich habe immer geguckt wo war er hin und dann ist er da zusammen gesackt das ist genau da drüben ist eine rote karte habt ihr die in den anderen raum da kann das noch gar nicht hier die 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 schwer zu erkennen ach hier oben ja wenn man ok ja gut danke hier kommen mein kollege muss ja wieder alles ausprobieren das ist wieder drauf da sind jetzt kommt da ja 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 das ding ist richtig schnell das ist schon geil kannst du auch ein schloss dran machen also ähm code schön ja das ist natürlich praktisch können wir gleich mal machen so ein bisschen bluten hier aber ich kann noch mal ein bisschen schreddern ansonsten ist eigentlich hier geht es eigentlich auch von gut her auch wenn die ganzen tonnen abmaß zeit ist die kisten die ihr gibt also gibt es eigentlich grund von der masse her ja außer man braucht halt noch ein bisschen vernünftige rüssel und gute waffen wenn ja die scientists ne wenn du sagst die laufen auch zehn rum die sind ein bisschen hart wenn du da zwei drei auf einmal hast dann sieht es schon kritisch ja kritisch aus ja habe ich gerade gehabt in gefühlt jede tür kann gerade einer mir entgegen ich mache mich mal aus wenn auch ein bisschen öwig machen ja danke für die tipps für die infos die rote karte hier glatt übersehen also wenn ihr bock habt könnt ihr große übrig mit mal habt ihr handy da können wir nicht mit oben wir stürzen immer ab ja ja also er ist mit dem kleinen minikopter gestern war so ein test server so wo man das ausprobieren kann immer abgestürzt ich habe das noch nicht so raus ein bisschen üben weiß nicht irgendwie finde ich das bisschen schwer so muss ja mit w glaube ich immer maus steuern w ist nach oben es ist nach unten a und d ist halt so du längst nach links nach rechts mit der maus steuerst du nach vorne und nach hinten die am besten immer langsam durch ja ja das ist gut jetzt weil sonst das hast du nicht kaputt nur wenn du kannst du selber kräften ist billiger 10 schilder 500 500 schrott glaube ich ne ich glaube 500 oder 750 ach noch mehr halleluja 50 scrap also auch eine menge genau normale preis 750 und die großen 1250 ja wie gesagt helikopter da müssen wir noch ein bisschen üben das ist das ist nicht schwer ich habe vorher 10 15 fps ich habe es auch reingekriegt jetzt habe ich mehr vielleicht auch ein vorteil ein bisschen so 10 15 fps ein bisschen vielleicht in zeitlupe da ist vielleicht ein bisschen geholfen das fliegen naja da hast du keine berge seht vorher das hat die leckte muss es wirklich an still halten glaube ich die gehen nur kaputt wenn raketen drauf liegen also zum beispiel über den launch ließ was abgeschossen oder der mantrol heli schießt auf die ich hätte so was so kann auch schaden kriegen ansonsten kriegt der schaden auch wenn in der garage stehen ist also er muss überdacht sein dass du das dann nicht respond am besten eine kleine garage machen und dann musst du wenn jeder reinkommst den mit teilfragmente unten hammer reparieren weil da verliert energie nach der zeit also so drei vier tage dann ist er verschwunden wenn du nicht repariert garage ist einfach einfach nur ein normales also keine normale tür am besten im rolltor weil der rolltor aus der rahmen dünner dann kannst du auch einfach nur durchfahren ansonsten mit der normalen tür nimmst position vorher aussehen den dicken hört hört man zwar nicht hat sich mutiert aber das hat man hat man echt oder so ja ja ein rolltor kann es einfach durchfahren fahren kannst du auch wenn du du drückst ja was das ducken ich bin ja wohl die professionellen tipps wenn das gut probier da gerade aus war die leader und stimmen anfahren ja wenn ich weiß ich nicht habe ich schon haben aber von echo hast uns aus dem muten weil sonst hat man nicht mehr eine aufnahme nicht ach so ich habe gesprochen gehabt du kannst du drücken dann kannst du fahren ohne dass er nach oben fliegt ich glaube du kannst beides in game und hier dass ich dich mithöre da musst du immer auf ducken drücken dann fährt er nur statt fliegen ja dann wird noch ein bisschen übung macht den meister aber glaubt mir du kommst schneller vorwärts egal wohin ja schon aber auch schon gemerkt zeit gemeinsam gelaufen wie die pferde es geben die pferde auch einigermaßen am meisten bleiben die pferde auch überall hängen müssen auch ein bisschen blöd am besten ist schon fliegen ja 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 ich war mich erst mal los alles klar war dann soweit zeit oder so bock mal habt ja wir machen selbst vielleicht wenn der nächste weib ansteht und so auf jeden fall das server gefällt uns auch ganz gut auch noch wieder vorbei hier bin jetzt auch schon das zweite mal auf dem server also zum zweiten weib hier das große öl raken hat er kommen ja wie war das die kiste wenn man sie aktiviert dann kommt da so ein heli war dann die kommen heli und dann kommt also auch nicht sein das angelaufen also heavy sein ist so noch da würde gerade nämlich nichts als du was sagst kommt gerade nichts wenn du große öl weg machst kommen elf große seien die zündete kiste hext und da gibt es einen kleinen trick dass er einer auf dem kran sitzen sich nicht zeigt der andere über den raum die seien das andere einmal anschießen dann kommen die alle unter den raum hin und bleiben auf ein fleck stehen okay dann kannst du mit zwei granaten alles sein ist mit einmal kaputt machen praktische wenn ich meistens mache ich weil ich solos spiele meistens ja da mache ich ein nach andern halte ich einmal anschießen dann auch da genau so neue eisbär dann mache ich mich los euch viel viel spaß gleichfalls noch schönen abend so habt ihr schon mal den panzern macht nee nee auch noch nicht den der band lieben werden werden ja ja ab die bau granaten raketen dafür hv-raketen haben wir jetzt lange lernen hat mir gestern mit angefangen wegen helikopter der schönen raketen getroppt in der kiste wurden abgeschossen haben ok das stimmt das war auch noch mal eine maßnahme haben wir auch noch nicht immer ein bisschen anders wie auf dem normalen server ok also ihr braucht hv rockets also die müssen auch alle sitzen ihr könnt ja immer mehr mitnehmen zum ersatz und wenn der panzer zerstört ist kommt ein helikopter mit fünf blauen sein jetzt war doch die hochgeschwindigkeit oder hv ja hv sind die billig raketen die die teuren raketen hv raketen sind die grünlichen und dann gibt es da noch diese diese sprengraketen heißen die die rockets die normalen rockets 80 euro von der produktion her fliegen nicht so weit aber ihr reich es reicht völlig aus wenn ihr die blicken das sind einfach nur rohre und schießpulten fertig die rohre ok aber jetzt keine rohre mehr schreddern rohre kannst du eigentlich immer auf dem raketen werfer für die für die kanonen brust auch rohre rocket launcher ja ok schauen wir mal machen wir die tage schon am tag haben wir noch bis soweit kommt die die alles klar johu denn aber los jetzt hier viel spaß so guck mal wie im rest wie gesagt du brauchst nicht die mts glaube ich die minuten außer du hörst mich doppelt ich weiß nicht ob du mich doppelt hörst nee tsch rede ich nicht weil sonst hört er mich ja nicht doch ich spreche auch mts ach so und er hört dich hören ja er kann mich hören ich bin doch die ganze zeit unterhalten komisch ist nur ich höre dich nicht ich höre ihn klar und deutlich im spiel aber ich höre dich nicht klar und deutlich im spiel wenn du in game redest komisch aha wo das weil die maske auf hatte ist musst du gleich mal in game reden kann sich gleich mal muten und in game reden obwohl das können wir auch noch einmal testen wir sind auch über die zeit hier ja den rest hier noch so großartig doll es ist ja nicht mehr zum zeigen und wenn wir die aufnahme beenden das war der steini ein paar tipps gegeben einmal hat er sich geopfert für uns hier ist noch eine kiste hier sind rohre ok die rohre behalten wir jetzt wegen raketen haben wir auch wieder was gelernt den 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 panzer brad 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 wie heißt er auf englisch bradley auf englisch sagen die man glaube ich bradley so bevor wir noch weiter schwafeln die folge wird zu lang dann bist du einschalten bleibt gesund bist du nicht von ras folge bis dann tschüss tschüss so